ich glaube wir nehmen jesera mit dem dream portal das cool das ist jetzt natürlich die frage was wir nehmen nämlich den drachen oder nämlich die eigentlich muss ich den drachen nehmen hm keine ahnung ob das gut war werden sehen es ist natürlich auch jetzt ich hätte sie auch frisen können nicht den ich muss ein ticken leiser machen oder so ist besser glaube ich ich glaube so ist besser oh mein gott schließen wir mal die schnappen uns doch bald oder können uns nicht beide schnappen wir können uns den schnappen und eines der einen davon das gut so schön welbling hier elicat noch dazu das finde ich gut das finde ich gut das finde ich gut verkaufen ein bisschen was davon von elicat machen das so dann kriegen wir gleich noch einen drachen dazu und vielleicht ist es triple wir haben auf jeden fall eine gute chance auf den triple gleich aber wenn wir keinen triple kriegen dann kaufen wir uns auf jeden fall noch den welbling oder würde ich sagen würde ich sagen kurz meine brille putzen hier irgendwie habe ich da drauf gefasst die brillen sind echt nervig oh da ist eine neue rabbit sarulisk oder so irgendwie ist der decktracker gerade dumm tatsächlich ok wir nehmen ein davon ich nehme nochmal den oder scheißen wir da drauf ne machen wir mal nicht wir kriegen ja sowieso neun drachen wir kriegen ja sowieso neun drachen ne der sarulisk hatte keine chance gerade übrigens vielleicht können wir ja heute noch mal mit dem sauulisken spielen und nicht nur gegen ihn das wäre doch mal schön aber ich liebe drachen in dem in dem modus die sind einfach geil guck dir das an ey wow das war gut aber eigentlich sollten wir nicht verlieren nup knapp aber knapp knapp aber das war gut gegen kurator so ach leider kein triple ey nämlich den und dann lassen wir ihn komplett neu rollen der steward hier ist nicht so gut würde ich sagen jetzt einfach mal spontan was ist denn mit dem decktracker los ich ich spiele doch gar kein deck gerade hallo ich glaube ich muss den neu starten ärgerlich so sehr weiter startung alter okay er lädt ja schau mal wann er wieder bereit ist der olle kack decktracker nicht die richtigen boy okay das war's yes winner okay was macht die after upgrade pops tavern replace his minions with one of a higher tier also voll wie evolution hier krasse sache hat ihm nicht geholfen ne jo also könnten ali cat verkaufen die beiden holen neu rollen machen oh das ist gut ich finde das ist schon stark ich finde das ist stark der der lieutenant hier ist sowieso nicht so geil das machen wir mal so oder kann man machen da du wsch 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 w sinners wsch 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 verloren das war ja nicht so gut ich kaufe den mal verkauft den hier und roll mal neu den will ich eigentlich haben machen wir machen wir wir kriegen ja sowieso einen drachen vorgeschlagen mal lunzen was das dann wird der deftracker der deftracker ist tot ok what the fuck ey muss gleich einen task manager hier anwerfen oder was der will nicht der olle halunke alter ok das verlieren wir haus hoch aber sowas von holy moly ey wow aua 20 ui 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 ok wir brauchen jetzt mal einen ordentlichen drachen hier ne da geht doch alter geht doch kein drache man leute was ist da los ok ok ja gebombt nehmen wir oh man leute kein drachen warum nicht das gibt's nicht ey kein drache kein drachen gekriegt das ist ein bisschen ärgerlich jetzt macht er nur zweimal vier schaden der kleine rote welbling hier das ist nicht gut das ist nicht gut gut ah ok geht der deftracker jetzt geht immer noch nicht geht der jetzt hallo er funktioniert einfach nicht ist fein ist ok ist vollkommen ok aber ärgert mich ein bisschen mich ärgert auch dass wir hier wieder verlieren ok will ich den überhaupt haben ist die frage oder rollen wir mal weiter ich roll mal weiter ich glaube ich will ihn nicht haben uh nehmen wir doch imsen machen wir das mal so verkaufe ich einen von den beiden hier ist die frage um noch einen drachen zu kriegen aber die sind echt zu gut ich glaube ich lasse das mal so weil vielleicht können wir gleich noch einen triple hier machen aus den beiden wir versuchen das jetzt nochmal die nächste runde mit den beiden wir haben noch neuen leben oh gott gegen murlocs ich hoffe das klappt jetzt einigermaßen wir haben ja hier den herald de flambe äh ja der jack tracker ist super steuerung alt entfernen wir haben wieder verloren geil ah sieben schaden nur ok ok wir sind schon mal sechster wenn wir das jetzt machen haben wir nicht mehr so viele optionen ne ist aber ok machen wir die frage ist jetzt oh ne da ist der triple jo das muss ich fliezen auf jeden fall so machen wir das ok wir sind vielleicht noch nicht raus hat drei drachen voraussichtlich oh man ey so ich starte deck tracker jetzt nochmal neu vielleicht klappt es diesmal voraussichtlich da au Ist überhaupt Musik mit der Rund? Das war gut. Das war nicht gut. Das war auch nicht so gut. Das war gut. Schön. Fein. Oh, das haben wir, ey. Oh, jawoll. Ich glaube, wir müssen einfach gleich versuchen, mit einem neuen Spiel den Deckcracker zu reparieren. Ich glaube, wenn wir in ein neues Spiel reingehen, dann klappt das. Oh, yeah, Baby. Okay. Jetzt kommt schon was Gutes. Oh mein Gott. Ja. Gib's mir. So. Okay. Jetzt kurz überlegen. Auf jeden Fall, ne? Irgendwas mit Battlecry. Nein, nix mit Battlecry. Super. Da ist auch nix. Da ist ein Battlecry. Aber bringt das jetzt nichts mehr? Egal. So, wir bringen jetzt noch den Kollegen ins Spiel und den Kollegen ins Spiel. Das ist okay, ne? Oh, lo, 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 lo. Oh Mann, oh Mann. So. So. Ja, das ist okay. Oh Mann, ey. Da ist ein Battlecry. Aber das wollte ich jetzt nicht saven. Oh, das ist gut. Okay. Hammer. Diese Souljuggler-Nerven richtig hart. Jawohl. Ja. Unentschieden. Oh, geil. Okay, jetzt kann es losgehen. Ui, ui, ui. Okay. Den hauen wir weg, oder? Wir müssen einfach mit einem Drachen, ähm, enden im Prinzip. Hält auch Kampfschrei. Der hat auch Kampfschrei. Okay. Den können wir noch schnappen. Ja, der hätte auch noch Kampfschrei. Aber komm. Können wir jetzt nicht mal machen, ne? Machen wir das so. Holy shit, ey. Gegen den 40, oh mein Gott, noch 40 Leben. Was hat er denn? Mixed Minions. Okay. Ich hab das Gefühl, das ist ein bisschen stark. Oder? Könnte ein bisschen stark sein. War nicht so geil. Alle laufen da rein. WTF. Das können wir gewinnen. What? Geil. Er ist das Leben abgezogen von dem. Wow. Easy. Jetzt dürfen wir gegen eine Leiche spielen. Müssen wir jetzt auf jeden Fall weiter powern. Ich bin fast geneigt, den wegzuwerfen, ne? Oh, Alter. Machen wir so. Und am Schluss kaufen wir noch einen Drachen. Oh, nehmen wir den. Ist zwar niedriger, niedrigerer Tier, aber hey. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht kann er ja noch irgendwas reißen, weil er Gottes Schild hat. Ah, wir spielen ja so gegen eine Leiche, also von daher ist egal. Hoffentlich killt er uns jetzt nicht. Ist ja ein bisschen peinlich. Okay. Davon noch zwei Stück wäre cool. Irgendwie stört mich auch der Togwagel, aber das ist eigentlich zu gut, um den wegzuwerfen. Ist zu gut. Der Herald der Flammen hier ist auch schon zu gut eigentlich. Dammit. Okay. Ja, gut. Noch kein Gottesschild. Ja, fein. Eigentlich hätte ich ihr nur Gottesschild geben dürfen. Macht Sinn. Okay. Töten sie sich jetzt gegenwärtig? Ist der Pyramidus weg? Yo. One on one here. Uh. Uh. Go big or go home, I always say. Yo. Oh, okay. Ja. Ja. Da habe ich nichts gegen. Guten Tag. Guten Tag. Können wir noch einen holen. Aber ich glaube, wir sparen das. Oh, ja. Das nehme ich. Hallo. So. Machen wir es mal so. Falls er irgendwas hat, was einen wegrasieren kann hier. Machen wir das mal so. Ich mache das mal so. Wohl. Ne, machen wir es so. Das ist besser. Das ist besser. So vielleicht. Oh Mann. Nick 190. Mal gucken, Nick. Was du so drauf hast. Der hat ja Gottes Schild. Okay. War jetzt nicht ganz so schlimm. Noch ein giftiger. Okay. Noch ein giftiger. Huh. Nochmal gewonnen. Geil. Wir müssen noch fetter werden. Das ist ein hartes Stück. Den von 40 auf 0 zu kriegen. Jawoll. Nice work out there. Baby. Oh mein Gott. Das ist ja heaven. I'm in heaven. Baby. Aber kein Battlecry mehr. Da ist noch ein Battlecry. Den hole ich mir auch. Alter. Woo. Jetzt geht es los hier. Wen verstärke ich? Ich glaube ihn hier. Oh mein Gott. Das ist so geil. Und hallo. Oh, ich bin dumm. Ich hätte noch ein Battlecry holen können. Oh. Aber ich könnte noch ein Triple suchen. Kein Triple. Kein Triple. Okay. Das sind ja noch Kampfschreie. Ich will eigentlich einen dritten davon. Das würde uns sehr weiterhelfen. Ich suche glaube ich nach einem dritten davon. Vielleicht kriegen wir auch gleich einen automatisch. Kann ja sein. Kann sein. Ich glaube der geht nämlich nicht auf Drachen. Der Boy. Machen wir so. Also nicht unbedingt. Es ist halt immer ärgerlich, ne? Oh nein. Talk ist weg. Oh oh. Oh oh. Das war gut. Jawohl. Beide überleben, ey. Oh, der könnte noch einen drin haben, ne? Was werfe ich weg, ist die Frage. Suche ich jetzt noch kurz weiter? Wir müssen weiter. Wir müssen weiter klettern, ey. Eigentlich. Ich muss den wegwerfen. Schmeiß ich Talk weg? Ja, ich schmeiß Talk jetzt weg. So. Komm. Okay. 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 Ich behalte das so. Nein. Mein Gott, der ist weg. Shit. 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 Das war's. Nicht den. Sehr ärgerlich, meine Freunde. Sehr ärgerlich. Immerhin. 72, плюс. 72, da kann man machen. 72, da kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Da kann man machen. szers.